Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes und der Fluch des Vampirs Ein neues Abenteuer Gelesen von Christoph Hackenberg Im Herbst 1883 reisten Holmes und ich nach Herfordshire, einige Meilen nördlich von London. Der sehr ehrenwerte Lord Lawrence Collingwood, dritter Baron Collingwood, hatte uns eine beinahe schon luxuriöse Kutsche in die Baker Street geschickt, mit dem dringenden Ersuchen um Umgehendes Erscheinen. Das finanzielle Angebot verbat zwar ohne dies jede abschlägige Antwort, dennoch hegte Holmes zwischendurch gewisse Zweifel, ob wir nicht nur als wandelnde Jahrmarktattraktionen für den gelangweilten niederen Hochadel Englands, der an der Grenze zur gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit lavierte, engagiert würden. Er sollte sich täuschen. Der Baron, inzwischen selbst 60 Jahre alt, war der einzige Enkelsohn des legendären Cuthbert Collingwood, der als hochdekorierter und verdienstvoller Weggefährte von Admiral Horatio Nelson in der britischen Kriegsmarine, einst von König George III., dem Großvater unserer Königin Victoria, in den Adelsstand erhoben worden war. Da der erbliche Titel eigentlich in Northumberland angesiedelt, jedoch keine Besitztümer implizierte, fand die Familie ihr heutiges, immer noch höchst komfortables Auskommen im Rahmen ihres privaten Anwesens und dessen Ländereien außerhalb Londons. Wie sich herausstellen sollte, war Collingwoods Ältester von vier Söhnen und Titelerbe Paul vor kurzem unter recht mysteriösen Umständen verstorben. Binnen zwei Tagen hatte ihn eine schwere Krankheit dahingerafft, welche von den herbeigerufenen Ärzten weder einzuordnen noch ernsthaft zu behandeln war. Nach erfolgloser Symptombekämpfung war Paul somit einer unbekannten Ursache erlegen und in der Familienkrypta unterhalb des Anwesens beigesetzt worden. Nun jedoch, und dies war der Grund für Holmes und meine Anwesenheit, war auch der zweitälteste Sohn, John, anscheinend von derselben Krankheit befallen. Wiederum standen die Ärzte der Sache ratlos gegenüber, während der Baron nicht mehr bereit war, an Zufälle und natürliche Ursachen zu glauben. Er vermutete menschliches Zutun. Nachdem die Polizei jedoch keinerlei diesbezügliche Ansatzpunkte erkennen konnte, lag es nun an uns, der Angelegenheit auf den Grund zu gehen. Collingwoods Butler Stephen, ein weißhaariger Mann mit Ansätzen eines osteuropäischen Akzents, empfing uns am Haupteingang und schickte die Kutsche sofort wieder weg. »Der Baron erwartet Sie bereits«, sagte er, nahm unser Gepäck und ging voran. »Wenn Sie mir bitte folgen möchten.« Wir betraten die Eingangshalle, die diese Bezeichnung wahrlich verdiente. Breite und Höhe verloren sich im Raum. Edler Prunk und eine gewisse Neigung zur Verschwendung prägten das Entree und den mittig emporragenden Stiegenaufgang. Eingefasst in Marmor und zumindest goldfarbenen Armaturen, eine Büste des Admirals, Porträts der beiden ersten Barone und ihrer Gattinnen, sowie chinesische Vasen, die in keinster Weise dazu passten. Die Aussage der aristokratischen Inszenierung war jedoch deutlich genug. Stephen geleitete uns in den ersten Stock, einen langen Gang entlang, bis er vor einer hohen Tür stehen blieb. »Der Baron empfängt Sie in der Bibliothek«, erklärte er, und öffnete, ohne hineinzugehen. »Milord, die Detektive aus London sind eingetroffen.« »Ich lasse bitten«, antwortete eine tiefe Stimme. Der Butler bedeutete uns mit der rechten Hand und einem Kopfnicken, dass wir eintreten mögen. Wir entsprachen der Bitte und taten zwei, drei Schritte in den Raum, während hinter uns die Tür von außen geschlossen wurde. Die Bibliothek war ein großer und hoher Saal, voller Regale, vom Boden bis an die Decke mit Büchern gefüllt, wohin man nur mit verschiebbaren Leitern gelangen konnte. Allerdings war es merkwürdig dunkel, so dass es kaum vorstellbar war, dass hier tatsächlich gelesen würde. Der Baron, eine stattliche Erscheinung mit bereits zurückgehendem Haar wuchs, hatte sich aus einem großen Uhrensessel erhoben, in der Hand ein Glas Rotwein. »Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen«, sagte er mit demonstrativer Zurückhaltung. »Danke«, erwiderte Holmes. »Ich bin Sherlock Holmes, und dies ist mein Mitarbeiter, Dr. Watson.« »Ich senkte den Kopf in Richtung des Barons, begleitet von einem Strammen.« »Euer Lordschaft«. Holmes hatte für aristokratische Floskeln wenig übrig und konnte nur mit sichtlicher Ungeduld warten, bis uns zwei Plätze auf einem langen Sofa angeboten wurden. Wir setzten uns, und Holmes schlug gleich für uns beide das Angebot eines Drinks aus. »Sehr freundlich«, meinte er, »aber wir wollen doch gleich zur Sache kommen. Schließlich dürften wir einigermaßen unter Zeitdruck stehen.« »Das ist bedauerlicherweise korrekt«, antwortete Collingwood mit einem Seufzen. »Nun, Mr. Holmes, Dr. Watson, »Wie Sie wohl bereits wissen, ist mein älterster Sohn, Paul, vor zwei Wochen plötzlich verstorben an einer unbekannten, schnell fortschreitenden Krankheit, die unseren Ärzten nicht bekannt ist. Es war ein schwerer Schlag für mich und Lady Collingwood, als wir ihn in der Familiengruft zur ewigen Ruhe betten mussten.« »Ich versicherte dem Baron unsere Anteilnahme, doch Holmes war bereits hellhörig geworden.« »In der Familiengruft?«, wiederholte er. »Ganz recht«, bestätigte Collingwood. »Unterhalb des Anwesens befindet sich eine Krypta, in der wir die Familienangehörigen bestatten. Einer der Marmorsärge ist jedoch leer und hat nur symbolische Bedeutung.« »Inwiefern dieses?«, fragte Holmes sofort. »Sie müssen wissen,« erklärte der Baron, »der überraschende Tod von Paul ist nicht der erste Schicksalsschlag, der uns ereilt. Bereits vor zwei Jahren mussten wir von Richard, unserem jüngsten Sohn, Abschied nehmen. Er diente als Offizier ihrer Majestät, der Königin, in einem Regiment bei Kalkutta in Indien. In Kämpfen gegen Einheimische ist er gefallen. Jedoch konnte der Leichnam nicht geborgen werden. Richard galt ein Jahr lang als vermisst und wurde dann für tot erklärt. Lady Collingwood war am Boden zerstört, als wir eine zeremonielle Verabschiedung an einem leeren Sarkophag vornehmen mussten. Abermals sprach ich Collingwood unser Beileid aus, das dieser nickend zur Kenntnis nahm. »Und nun«, setzte der Baron fort, »scheint unser zweitältester Sohn John ebenfalls dem Tode geweiht zu sein. Das kann ich nicht akzeptieren, und das kann kein Zufall sein. Unsere Bediensteten glauben schon, dass ein Fluch auf der Familie liegt.« Holmes legte die Stirn in Falten. »Wie kommt es, dass ihre Bediensteten zu derart Aberglauben neigen?« »Das erklärt sich wohl aus ihrer Herkunft«, antwortete Collingwood. Unser Butler Stephen und unsere Haushälterin Mary, übrigens Bruder und Schwester, stammen aus Ungarn. Als die russische Soldateska 1849 im Auftrag des österreichischen Kaisers den ungarischen Aufstand niederschlug, sind die beiden als Flüchtlinge nach England gekommen. »Wir haben sie aufgenommen und ihnen Arbeit gegeben.« »Das bedeutet also«, warf ich ein, »und ich hielt das in diesem Moment für eine besonders kluge Bemerkung, dass Stephen und Mary in Wirklichkeit Eastwan und Maria sind, nicht wahr?« Holmes war nicht bereit, meinen Beitrag zur vergleichenden ethnologischen Namensforschung zu würdigen, »und schüttelte nur kurz den Kopf, ehe er sich wieder an Collingwood wandte.« »Verzeihen Sie die Frage, aber hat Ihre Familie denn eine fluchwürdige Schuld auf sich geladen?« Der Baron machte eine abwiegelnde Handbewegung. »Aber nein«, behauptete er entschieden, »das Haus Collingwood zählt Anstand und Moral zu seinen Stärken. Natürlich wäre über großen Grundbesitz verfügt es nicht überall beliebt. Bürgertum und Bauernschaft verlangen nach gesellschaftlichen, sozialen und politischen Rechten. Das ist ein Interessenskonflikt, der noch zu lösen sein wird. Leider konnte ich mich wiederum nicht beherrschen und murmelte, »Vielleicht mittels Einsatz einer russischen Kosakenarmee in England?« Collingwood war so gnädig, die unpassende Bemerkung zu überhören, und setzte fort. »Meine Herren, die Lage ist ernst. Zwei meiner Söhne sind tot, der dritte liegt im Sterben, und der vierte ist ein Träumer, der an seiner Karriere als Zoologe arbeitet. Das Haus Collingwood mit Titel und Ländereien steht vor dem Untergang. Ich möchte zumindest wissen, wer oder was dafür verantwortlich ist.« »Das werden wir mit Sicherheit herausfinden«, versprach Holmes mit der ihm eigenen Gelassenheit. »Wollen wir es hoffen«, entgegnete der Baron. »Ich werde nun Mary rufen. Sie wird sie auf das Zimmer von John begleiten.« »Auf das Zimmer von John?«, fragte Holmes. »Nun ja«, sagte Collingwood, »Sie werden wohl den Patienten in Augenschein nehmen wollen?« Holmes machte ein ernstes Gesicht. »Ich bin beratender Detektiv«, erklärte er, »kein Arzt.« »Ich räusperte mich.« Holmes ließ sich nur kurz irritieren und setzte dann fort. »Ein Arzt könnte natürlich einen Blick auf...« »Ich räusperte mich abermals.« Holmes drehte sich rasch zu mir um. »Herrgott Watson«, sagte er entrüstet, »finden Sie das nicht ein wenig unhöflich, mich andauernd zu unterbrechen? Was haben Sie denn?« »Ein Arztdiplom«, antwortete ich trocken. Wenige Minuten später geleitete uns die Haushälterin Mary, eine zierliche kleine Person mittleren Alters, zum Krankenbett von John Collingwood. Als wir sein Schlafgemach betraten, bekreuzigte sich Mary nach katholischer Art. Ich schritt gleich zum Bett, um den Kranken zu begutachten. Der bedauernswerte junge Mann befand sich offenbar in einem Stadium des Siliriums. Mit offenen Augen, die unnatürlich deutlich hervortraten, starrte er vor sich hin. Die Vorgänge um ihn schien er kaum wahrzunehmen. Seine Sprechfähigkeit hatte er längst eingebüßt. Ein hohes Fieber dürfte Herz und Kreislauf zusetzen. Ich legte Zeige und Mittelfinger auf Johns Halsschlagader, um seinen Puls zu messen. Doch bevor ich meine Taschenuhr geöffnet hatte, ertastete ich zwei eigenartige Wundmale am Hals des Patienten, gewiss keine zwei Zentimeter voneinander entfernt, gleichmäßig groß, wie zwei Einstichlöcher, allerdings einer recht dicken Nadel. Ich legte Johns Kopf zurück, um Holmes die Wundmale zu zeigen. »Holmes«, rief ich, »sehen Sie sich das an, was halten Sie davon?« Noch bevor Holmes näher kommen konnte, erhaschte Mary einen Blick auf den Hals des Kranken und erstarrte augenblicklich vor Schreck. Dann bekreuzigte sie sich abermals, machte Kehrt und lief hinaus, indem sie noch rief, »Wukodalak! Wukodalak!« Holmes sah mich mit strafendem Blick an. »Watson, Sie haben die arme Frau ja zu Tode verängstigt.« »Zu viel der Ehre«, erwiderte ich, »der verbreitete Schrecken ist wohl eher das Verdienst des Wukodalak, im osteuropäischen Volksglauben ein blutsaugender Vampir.« Holmes trat nun an das Bett und inspizierte den Hals mit den beiden Malen. »Und dies hier?«, fragte er. »Ist das auch das Werk eines Vampirs?« Ich holte tief Luft. »Holmes, wenn Sie wissen wollen, ob dies auch die Abdrücke zweier Reißzähne sein könnten. Ja, wenn Sie mich jedoch bezüglich der Täterschaft auf einen Untoten aus der finstersten Ecke der panonischen Tiefen festnageln wollen, dann keineswegs,« unterbrach mich Holmes sofort. »Selbstverständlich könnten wir auch Ihren ebenso geschätzten wie kuriosen Kollegen Dr. van Helsing aus Amsterdam konsultieren, aber ich würde doch eine naturwissenschaftliche Herangehensweise präferieren.« »Ich bin erfreut, dass wir diesbezüglich einer Meinung sind,« antwortete ich. »Trotzdem werden wir nicht umhinkommen, den Leichnam von Collingwoods Erstgeborenen nach ähnlichen Wundmalen zu untersuchen.« Holmes nickte zustimmend. »Der Baron wird wenig begeistert sein von dieser Störung der Totenruhe.« In diesem Moment erschien Stephen direkt hinter uns in der Tür. »Meine Herren«, sagte er unvermittelt, »der Baron und die Baroness bieten zu Tisch. Dinner ist serviert.« Nachdem wir auch Lady Collingwood kennengelernt hatten, gut zehn Jahre jünger als ihr Gatte und dennoch einen verhärbenden Eindruck hinterlassend, saßen wir an einer großen Tafel im Speisesaal des Anwesens. Mary, die auch als Köchin tätig war, hatte sich offenbar wieder gefangen, jedoch vorsichtshalber als ersten Gang eine Knoblauchsuppe vorgesehen. Während Holmes und ich einander wissende Blicke inklusive eines leichten Schmunzelns zu werfen, schien den Collingwoods die tiefere Bedeutung dieser kulinarischen Auswahl noch nicht bewusst zu sein. »Nun, Dr. Watson«, begann der Baron das Tischgespräch, »wie ist Ihr Eindruck vom Zustand unseres Sohnes in medizinischer Hinsicht?« »Zu meinem Bedauern muss ich mich meinen Kollegen anschließen«, antwortete ich. »Sollte es sich um eine Krankheit handeln, so vermerk ich sie noch nicht zu diagnostizieren. Dafür wären aber auch weitere und genauere Untersuchungen nötig, allerdings ohne Garantie auf ein Ergebnis.« Collingwood winkte ab. »Dafür gibt es keinen Bedarf«, entgegnete er. »Meiner Meinung nach liegt hier keine natürliche Ursache vor, allerdings auch keine übernatürliche, wie unsere Bediensteten glauben.« »Sie wurden bereits über die Wundmale informiert?«, fragte ich. »Gewissermaßen«, bestätigte der Baron. »Mary ist der Ansicht, am Hals unseres Sohnes eine Bisswunde gesehen zu haben. Sie hält dies für die Tat eines Wiedergängers, eines Vampirs.« Holmes legte die Stirn in Falten und mischte sich ein. »Glauben eure Lordschaft denn an die Existenz von Vampiren?« »Ich bin ein gottesfürchtiger Mann«, antwortete Collingwood. »Und wenn es einen Himmel gibt, so muss es auch eine Hölle geben. Man kann sich dort gewiss allerlei abgründige Kreaturen ausmalen, die ihr Unwesen treiben. Dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Böse auf Erden zumeist in Menschengestalt auftritt.« Holmes nickte. »Die menschlichen Abgründe sind die tiefsten, und ihre Untaten kennen kaum Grenzen.« »So ist es«, antwortete der Baron. »Und deshalb gehe ich von einem Verbrechen weltlicher Natur aus. Es liegt an ihrer geschätzten Arbeit, die Hintergründe aufzudecken und den Täter zur Strecke zu bringen.« »Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst«, warf ich ein. »Wenn wir von einem Anschlag auf das Leben ihrer Söhne ausgehen, so wäre die nächstliegende Erklärung eine Vergiftung. Die gängigsten diesbezüglichen Mittel konnten die Ärzte aber wohl bereits ausschließen, nicht wahr?« Collingwood bestätigte meine Vermutung mit einem Kopfnicken. »Was wir ebenfalls ausschließen können«, meinte Holmes plötzlich, »ist eine Fugu-Vergiftung.« »Fugu«, wiederholte der Baron. »Der japanische Kugelfisch«, erklärte Holmes, »ein ganz bemerkenswertes Lebewesen, allerdings mit tödlichen Sekreten in seinem Körper.« »Nun, dieser Fugu dürfte hierzulande wohl eher selten vorkommen«, vermutete Collingwood. Holmes lächelte. »Öfter als Sie denken. Erst kürzlich mussten wir im japanischen Konsulat in London.« Ich sah mich gezwungen, wieder die Gesprächsleitung zu übernehmen, und schnitt Holmes das Wort ab. »Verzeihung, aber wir wollen doch beim gegenwärtigen Fall bleiben. Zurück zu den Wundmalen. Wenn Sie auch nicht von einem Vampirbiss stammen, so könnten Sie doch im Zusammenhang mit der Situation stehen. Falls dies zutrifft, so müsste Sie Ihr älterster Sohn ebenfalls aufweisen. Ich befürchte, wir müssten daher wohl oder übel. Ich unterbrach mich selbst mit Rücksicht auf Lady Collingwood, die bislang anteilslos am Tisch gesessen hatte. Der Baron hatte ohne dies bereits verstanden. »Tun Sie, was Sie tun müssen«, sagte er mit Bestimmtheit. »Sie haben hiermit jegliches Pouvoir.« Ich bedankte mich mit einem Nicken, und für einige Zeit trat Stille ein. Mary, die nun ein großes Kreuz an einer Kette um den Hals trug, servierte den Hauptgang. Das zarte Lammfleisch, das normalerweise in einer delikaten Pfefferminzsoße zubereitet worden wäre, hatte ebenfalls ausgiebig Bekanntschaft mit Knoblauch gemacht. Der Baron, Holmes und ich nahmen es mit Humor. Lady Collingwood verzog keine Miene. Schließlich nahm Holmes das Gespräch wieder auf. »Milord, Sie erwähnten einen weiteren Sohn, der in Zusammenhang mit der Zoologie stünde. Was können Sie uns über ihn sagen?« Der Baron machte ein unerfreutes Gesicht und antwortete, »Da gibt es nicht viel zu sagen. George ist so etwas wie ein Tierpfleger. Er arbeitet im Londoner Zoo im Reptilienhaus. Eine höchst unpassende und unwürdige Tätigkeit.« »Nun, er hat doch wohl das akademische Studium der Biologie und Zoologie abgeschlossen,« entgegnete ich. »Das ist doch ein wenig mehr als ein Zoo-Wärter. Er ist Wissenschaftler.« Collingwood machte eine abwertende Handbewegung. »Ach was«, rief er, »er betreut diese absurd große Riesenschildkröte, die dieser gotteslästerliche Scharlatan Charles Darwin, möge er in der Hölle schmurren, von den Galapagos-Inseln mitgebracht hat. Sie trägt sogar seinen Namen. George. Also wirklich. Schildkröten, Schlangen, Leguane. Das ist doch nichts für einen Collingwood.« An dieser Stelle übernahm erstmals Lady Collingwood das Wort. »Mein lieber Lawrence, du darfst nicht vergessen, dass George als Drittgeborener keine Aussicht auf ein Erbe, auf den Titel und die Ländereien hat. Nur deshalb ist er einen anderen Weg gegangen.« Holmes nickte. »Aber diese Tatsache scheint sich ja gerade zu ändern. Paul ist tot, John schwer krank, mit zweifelhaften Genesungschancen, damit rückt George in der Erbfolge auf.« Lady Collingwood blickte Holmes scharf an. »Mr. Holmes, Sie werden daraus doch nicht ein Motiv konstruieren wollen.« »Das wollte er keineswegs und keinesfalls«, warf ich ein, bevor Holmes antworten konnte. »Bitte verzeihen Sie, wenn dieser Eindruck entstanden ist.« Lady Collingwood nahm die Entschuldigung mit einem Kopfnicken an. »Stellen Sie sich vor, in welche Situation wir geraten sind. George ist vielleicht der einzige Sohn, der uns bleibt. Wenn nicht...« Sie hörte an dieser Stelle abrupt zu sprechen auf und wandte ihr Gesicht ab. An der Wand hingen die Porträts ihrer vier Söhne, die sie fixierte. »Lady Collingwood beliebt, auf ein Wunder zu hoffen,« erklärte der Baron. »Sie träumt von der unversehrten Rückkehr unseres Jüngsten, ihres Lieblings Richard, der sich eingebildet hat, er müsse mit der gemeinen Infanterie einen Dschungelkrieg führen. Wahrlich ein nicht viel aussichtsreicheres Unterfangen als die Reptilien kunde.« Er wandte sich an seine Gattin. »Tut mir leid, Darling. Richard ist tot und kommt nicht zurück. Zumindest nicht in einem Stück.« Ohne auf ihren Ehemann direkt zu reagieren, stand Lady Collingwood auf und richtete sich an Holmes und mich. »Meine Herren, Sie gestatten, dass ich mich vorzeitig zurückziehe? Mir ist der Appetit vergangen.« Während wir uns noch peinlich berührt verbeugten, verließ sie bereits den Saal. »Sie müssen meine Gattin entschuldigen,« meinte der Baron ungerührt. »Sie ist ein wenig empfindlich, wenn es um das bedauerliche Schicksal Richards geht.« »Und Sie?« fragte ich. »Ich bin nicht gefühllos,« antwortete Collingwood, »aber ich stelle mich den Tatsachen. Richard war ein kränkliches und wehleidiges Kind. Ein Wunder, dass er es in die Armee geschafft hat. Nun ja, zu den Fußtruppen eben. Klassisches Kanolenfutter. Ein richtiger Collingwood leistet seinen Militärdienst selbstverständlich in der Kriegsmarine ab, so wie Paul und John.« Derlei Dünkel forderte Holmes heraus. »Bedeutet das,« wollte er wissen, »dass Richard und George keine richtigen Collingwoods sind?« Der Baron blickte kurz zu dem großen Luster über dem Tisch. »Der Herr,« meinte er, »verteilt das Blut der Eltern immer ungleich auf die Kinder. Richard und George sind zweifellos eher nach ihrer Mutter geraten.« »Ich verstehe,« antwortete Holmes, »wohin gegen Paul und George bereitwillig in ihre Fußstapfen getreten sind.« Collingwood nickte. »Zumindest haben Sie verstanden, daß es notwendig ist, das Erbe der Collingwoods hochzuhalten. Was allerdings aus unserer Familie werden soll, wenn ich Paul und John verliere, ist fraglich.« Er wagte es offenbar nicht, die für ihn unangenehme Wahrheit auszusprechen, daher tat ich es für ihn. »Nun, dann müsste dennoch George an Ihre Stelle treten, oder?« Der Baron antwortete mit resignierender Stimme. »Das möge Gott verhüten. George ist ein Anhänger der blasphemischen Evolutionslüge, ein Agnostiker und radikal-demokratischer Liberaler. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann befürwortet er sogar das Frauenwahlrecht. Die Collingwoods würden zum Gespött ganz Englands.« Selbst dem weitgehend unpolitischen Holmes war die Lächerlichkeit dieser Ansichten bewusst, doch ließen wir uns nichts anmerken. »Nun gut«, sagte Holmes, »dann wollen wir versuchen, den angerichteten Schaden einzudämmen und etwaigen weiteren abzuwenden. Dr. Watson und ich wären jetzt bereit, die Krypta in Augenschein zu nehmen.« Collingwoods Miene strahlte wieder ein wenig Optimismus aus. »Sehr wohl«, sagte er, »ich werde Ihnen den Kellerabgang zeigen. Sie werden aber verstehen, dass ich davon Abstand nehme, Sie in die Gruft zu begleiten.« Wenige Minuten später stiegen Holmes und ich, ausgerüstet mit einer Fackel und meiner Arzttasche, die steinerne Wendeltreppe hinunter zur Familiengruft. Wir gelangten in ein Kellergewölbe, mäßig beleuchtet durch eine weitere Fackel, die an einer Wandhalterung angebracht war. Ringsum standen mehrere Särge mit den sterblichen Überresten der Familie Collingwood. Rasch hatte Holmes den richtigen Sarkophag ausgemacht. »Hier ist es Watson. Hier liegt Paul Collingwood.« Er fixierte unsere Fackel ebenfalls an einer Wandhalterung und versuchte vergeblich, den Sarkdeckel zu bewegen. »Kommen Sie schon, Watson, ich benötige Hilfe.« Ich zögerte. Holmes wurde ungeduldig. »Was ist denn schon wieder?« fragte er. »Ich rührte mich nicht von der Stelle.« »Holmes, können wir absolut sicher sein, dass sich unter dem Sarkdeckel kein blutsaugender Untoter befindet?« setzte Holmes fort. »Ja, das können wir.« »Und wenn doch«, stammelte ich, von der Umgebung einigermaßen in Unruhe versetzt. »Machen Sie sich keine Sorgen«, erklärte Holmes, »dann werden Sie immerhin berühmt.« Ich sah Holmes verständnislos an. »Warum?« Es war ein düsteres Lächeln, das ich erntete. »Nun dann, mein guter Watson, wird Sie jeder als den Mann kennen, der sich mutig und opferbereit dem Vampir entgegengestellt hat und bereitwillig sein Leben ließ, um dem großen Detektiv Sherlock Holmes die Flucht zu ermöglichen.« »Danke«, antwortete ich, schicksalsergeben, und näherte mich dem Kopfende des Sarges. »Gerne«, meinte Holmes, der den Steindeckel am Fußende gepackt hatte. »Wenn ich nun höflichst um Ihre Mitarbeit bitten dürfte, auf drei.« Holmes zählte ein, und wir rückten, einfacher als gedacht, den Deckel vom Sarkophag. Die Erleichterung, daß der Sarg nicht leer war, währte nur kurz. Sofort bemerkte Holmes, »Erstaunlich! Der Leichnam ist beinahe unversehrt, als wäre Paul erst gestern gestorben. Gehe ich recht in der Annahme, Watson, daß dies so üblich ist bei Vampiren?« Ich blickte ihn ernst an. »Ich bin Arztholmes, kein Monsterjäger. Aber ja, ich nehme ebenfalls an, daß, sofern sich der Tote regelmäßig erheben und umherwandeln möchte, so dann ein zumindest verlangsamter Verwesungsprozess nützlich sein könnte. Im konkreten Fall dürfte jedoch vielmehr die Kälte hier herunten dafür sorgen, daß der Leichnam wie in einem Kühlfach konserviert wird.« »Was ist mit dem Hals? fragte Holmes. Ich zögerte nochmals kurz, packte dann entschlossen den Schädel und hob ihn an, so daß der zuvor vom Kinn verdeckte Bereich sichtbar wurde. Sofort erkannten wir identische Wundmale am Hals des Toten, wie wir sie auch im Bereich von Johns Halsschlagader entdeckt hatten. Ob Bisswunde oder nicht, stellte ich fest, jedenfalls finden wir dieselben Male an beiden Hälsen. Holmes wandte sich ab und drehte eine Runde im Kreise der Sarkophage. »Das ist interessant«, murmelte er. »Wer macht so etwas und warum?« Plötzlich hörten wir Schritte und Stimmen von der Treppe herab. Holmes überlegte kurz und flüsterte mir dann zu. »Verstecken Sie sich, im hinteren Bereich der Krypta, schnell!« Ich ließ endlich den Kopf des Leichnams los, den ich immer noch angehoben hielt, und sprang hinter einen Sarkophag weiter hinten in Deckung. Holmes folgte mir unmittelbar. In kauernder Stellung harrten wir der Dinge, während die Stimmen langsam näher kamen. Es waren die von Stephen und Mary, deren Silhouetten im nächsten Moment im lodernden Fackelschein zu sehen waren. »Bleib dicht hinter mir, Maria«, befahl Stephen. »Wir wissen nicht, ob der Vukodalak bereits erwacht ist.« Die beiden näherten sich Pauls Sarg und traten damit deutlicher in den Lichtschein. Beide hatten einen Knoblauchkranz um den Hals hängen. Mary trug ein großes Kruzifix mit dem geschundenen Körper des Messias vor sich her, während Stephen einen zugespitzten Holzpflock mit der Spitze voran vor seinen Brustkorb hielt. »Sieh dir das an!«, flüsterte Mary. »Der Sarg ist geöffnet. Sei vorsichtig!« Der Butler ging Schritt für Schritt auf den Sargophag zu, bis er darin Paul erkennen konnte. Er atmete auf. »Keine Sorge, er liegt noch im Sarg.« »Aber der Deckel ist geöffnet,« entgegnete Mary. »Der Vukodalak könnte jederzeit herausspringen und uns anfallen.« Stephen schien kurz zu überlegen und erklärte dann, »Wir müssen jetzt schnell sein. Hier, nimm den Pflock. Den musst du genau über dem Herzen positionieren. Und ich schlage mit dem Hammer darauf.« In unserem Versteck stieß ich Holmes sanft in die Rippen, um ihm zu bedeuten, »Dass wir diese unnötige Leichenschändung umgehend beenden mußten.« Doch er machte eine beschwichtigende Handbewegung. Offenbar wollte er noch zuwarten. Auch Mary zögerte ihre zitternden Hände und klammerte und klammerten das Kruzifix. »Muss ich das wirklich tun?«, fragte sie ängstlich. Stephen wurde ungeduldig. »Möchtest du lieber warten, bis der Vukodalak erwacht?« Mary schüttelte entschieden den Kopf und übernahm mit einer Hand den Pflock, während sie mit den Fingern der anderen den Leib Christi eng umschlang. Offenkundig nahm sie all ihren Mut zusammen und trat an den offenen Sarg. Dann streckte sie die Hand mit dem Pflock aus. »Ist es gut so?«, fragte sie, die geschlossenen Augen abgewandt. Stephen schüttelte den Kopf. »Du musst schon hinsehen. Wir wollen ihm das Herz durchbohren, nicht den Unterleib.« Mary drehte ihren Kopf in Richtung Sarg, die Augen immer noch zugekniffen. Für einen Sekundenbruchteil blinzelte sie und manövrierte den Pflock tatsächlich, soweit ich es sehen konnte, über das Herz. »Jetzt du!«, sagte sie entschlossen. Der Butler stellte sich neben seine Schwester. Nun konnten wir auch den einfachen Holzhammer in seiner rechten Hand sehen. »Schlag zu!«, forderte Mary, aber nun zögerte Stephen für einen Moment. Als er dann jedoch zum Schlag ausholte, war es höchste Zeit für uns, den Spuk zu beenden. Ich sprang hinter meinem Versteck auf und rief, »Halt!« Freilich hatte ich nicht bedacht, dass die beiden Bediensteten uns im Dunkeln nicht erkennen würden. »Da! Noch ein Vukodalak!«, rief Mary voller Entsetzen, deutete zu meiner Überraschung auf mich und verbarg sich hinter ihrem Bruder. Dieser zögerte nun keine Sekunde, schleuderte den Hammer in meine Richtung und traf mich mitten auf die Stirn. Mit einem Schmerzensschrei ging ich wieder zu Boden, während sich nun Holmes neben mir aufrichtete. »Gemach! Gemach! Wir wollen doch keine Toten wecken!« sagte er und trat zwei Schritte auf die beiden zu. »Wir sind es, Holmes und Watson. Sie erkennen uns doch, nicht wahr?« Mary streckte Holmes wagemutig den spitzen Holzpflock entgegen. »Keinen Schritt weiter!«, befahl sie und wandte sich dann an ihren Bruder. »Er sieht zwar aus wie Mr. Holmes, aber vielleicht wurde er schon gebissen.« Stephen nickte. »Wurden Sie gebissen, Mr. Holmes?«, fragte er. »Aber nein, mir geht es gut«, erklärte Holmes und trat nun vollständig ins Licht. Er ließ sein nicht gerade makelloses Gebiss aufblitzen und meinte, »Sehen Sie? Keine Fangzähne.« Mary senkte den Arm mit dem Holzpflock. »Na schön«, sagte sie. »Aber was ist mit Dr. Watson?« Eine höchst angebrachte und längst überfällige Frage, wie ich meinte. »Dem geht es ebenfalls gut«, behauptete Holmes, ohne mich eines Blickes zu würdigen. »Die kleine Beule wird er überleben.« »Und was machen wir nun mit Sir Paul?«, rief Stephen. »Immerhin ist er ein Wukodalak.« Holmes nahm Mary den Pflock aus der Hand, während ich mich wieder aufgerichtet hatte und trotz erheblicher Kopfschmerzen nun mit dem Hammer hinter dem letzten Sarg hervorkam. »Paul ist ebenso wenig ein Wukodalak wie Sie oder ich. Es gibt hier keinen Vampir.« Versicherte Holmes in ruhigem Ton. »Hier nicht, nicht in Budapest, nicht in Transsilvanien, nicht in der Steiermark. Wäre der arme Paul Collingwood ein teuflischer Blutsauger, so hätte er uns alle vier bereits überwältigt und getötet. Und wenn Sie, Stephen und Mary, von nun an von derlei abergläubischen Riten absehen, so wird Lord Collingwood auch nichts von uns erfahren. In Ordnung?« Stephen und Mary beratschlagten sich kurz in ungarischer Sprache. Schließlich meinte der Butler, »Gut, wir wollen aber sicher gehen, wenn Sie erlauben.« Er nahm seiner Schwester das Kruzifix ab, ging zu Pauls Sarg und legte es dem Leichnam auf den Oberkörper. »Jetzt können wir den Sarkophag wieder verschließen,« erklärte Stephen und ergriff den Deckel am Kopfende. Holmes trat hinzu, nahm das entgegengesetzte Ende und gemeinsam schlossen sie Paul Collingwoods Grab zur abermaligen und nun tatsächlich ewigen Ruhe, bevor wir gemeinsam die Gruft verließen und die gewundene Treppe nach oben stiegen. Nachdem Mary meine Kopfverletzung in der Küche leidlich verarztet und Stephen sich zehnmal für den präzisen Hammerwurf entschuldigt hatte, suchten wir unser Zimmer auf, während die beiden Bediensteten nochmals nach John sehen wollten. Lord Collingwood und seine Gattin waren bereits zu Bett gegangen. Man hatte Holmes und mir ein gemeinsames Zimmer mit zwei Betten zugewiesen, am Ende eines langen Flurs im ersten Stock des linken Gebäudeflügels. Die leicht antik anmutende Öllampe, mit der uns Stephen ausgestattet hatte, bot in meiner Hand ein lediglich bescheidenes Licht, das uns aber nichtsdestotrotz ans Ziel führte. Bevor Holmes die Tür öffnen konnte, kam ich nochmals auf die aufwühlenden wie unbefriedigenden Ergebnisse des Tages zurück. Wir haben ein Problem, stellte ich nüchtern fest. Holmes sah mich amüsiert an. Nur eins? fragte er. In der Tat lag eine ganze Reihe ungelöster Aufgaben und Fragen vor uns, und aus meiner Sicht gab es wenig Anlass auf baldige Klärung zu hoffen, so bitter es auch war, wir würden unser Scheitern in Betracht ziehen müssen. Selten konnten wir in kurzer Zeit so viele interessante Fakten sammeln, setzte ich fort, aber der Lösung des Falles sind wir nicht näher gekommen. Wir wissen nichts über die Ursache von Johns Erkrankung, können daher auch nichts dagegen unternehmen. Wir wissen nichts über die vermeintlichen Bisswunden am Hals von Paul und John. Ich wünschte, es wäre ein Vampir gewesen, dann wäre zumindest klar, woran wir sind und was zu tun ist. Holmes betrachtete Hammer und Holzpflock, die wir dem ungarischen Bediensteten vorsichtshalber nicht zurückgegeben hatten, in seinen Händen und hob sie mit einem bubenhaften Grinsen empor. Im Zweifelsfall, meinte er mit todernster Stimme, sind wir jedenfalls vorbereitet. Ich seufzte deutlich hörbar und öffnete unsere Zimmertüre. Der Raum war dunkel, meine Öllampe und einzelne Reflexionen sorgten nur für punktuelle Sicht. Als wir beide eingetreten waren, hielt mich Holmes plötzlich zurück. Warten Sie, befahl er, wir sind hier nicht alleine. Tatsächlich waren von Holmes Bett in der rechten Zimmerecke gelegen, Geräusche zu vernehmen. Zunächst ein Rascheln, als bewegte sich jemand unter der Decke, dann ein eigenartiges, lauter werdendes Zischen, das durchaus bedrohlich klang. Ich hielt die Lampe ein wenig in die Höhe, und da konnten wir zwei grüne Augen mit schmalen vertikalen Pupillenschlitzen leuchten sehen, die den Lichtschein reflektierten. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? rief ich und machte einen Schritt Richtung Bett. Im nächsten Moment blitzte ein raubtierhaftes Gebiss mit zwei spitzen Reißzähnen auf. Der Vampir stotterte ich und wich zurück. Dabei stolperte ich über eine Teppichkante und fiel rücklings zu Boden. Die Lampe zerbrach und setzte augenblicklich einen Teil des Teppichs in Brand. Gleichzeitig näherte sich der kreischende Angreifer mit einem Satz meiner Position und baute sich direkt vor mir auf, mit leuchtenden Augen und blanken Fangzähnen, die bereit waren, sich in meinen Hals zu verbeißen. Doch natürlich war es kein Vampir, nicht einmal ein Mensch, was wir nun klar erkennen konnten, sondern eine riesige Schlange, deren Oberkörper und breiter Kopfbereich vor meiner Nase hin und her wankten. Nicht bewegen, sagte Holmes seelenruhig. Er näherte sich der Schlange langsam von hinten und holte mit dem Hammer aus, als hielte er einen Cricket-Schläger in der Hand. Machen Sie schnell, Holmes, flüsterte ich, sie wird jeden Moment zuschnappen. Tatsächlich traf Holmes' Schlag die Schlange just in dem Moment, als sie zubeißen wollte. Sie wurde genau am Hinterkopf getroffen und sank zwischen meinen Beinen regungslos zu Boden. Ich sprang sofort auf und entfernte mich in Richtung Tür. Nur die Ruhe, meinte Holmes, sie ist tot. Er ging zum Bett und nahm die Überdecke, um das kleine Feuer auf dem Teppich zu ersticken. Noch in Schockstarre stammelte ich. Was ist das für ein Untier? Na ja, na ja, sagte Holmes beiläufig, während er erfolgreich die Flammen bekämpfte. Bitte wie? fragte ich. Na ja, na ja, wiederholte Holmes, nachdem er sich wieder aufgerichtet hatte, die äußerlich desolate Lampe aufnahm und mit ihr die im Raum befindlichen Kerzen anzündete. Im Nu war es hell. Ich atmete tief durch. Hören Sie, Holmes, erklärte ich langsam, nachdem ich eben knapp dem Tode entronnen bin. Vielen Dank übrigens für Ihr beherztes Eingreifen. Korreliert meine Stimmung dennoch nur bedingt mit Ihren Scherzen. Was genau wollen Sie mir sagen? Holmes schüttelte den Kopf und deutete auf die Schlange. Ich habe lediglich Ihre Frage beantwortet. Bei dem nun leblosen Lebewesen zu Ihren Füßen handelt es sich um die südasiatische Kobra wissenschaftlicher Name Naya Naya Linnaeus 1758 Ich hatte mich wieder gesammelt und ergriff den Holzpflock der auf dem Boden lag. Mit diesem hob ich die Schlange vorsichtig auf so dass sie links und rechts hinunter hing. Nach kurzer Betrachtung insbesondere der charakteristischen Zeichnung auf der Rückseite des Halsschildes konnte ich Holmes Behauptung bestätigen In der Tat sagte ich einigermaßen beeindruckt ein außergewöhnlich gut gewachsenes Exemplar der indischen Kobra auch bekannt als Brillenschlange ein tödliches aber ungemein prachtvolles Tier wie schade dass es ich unterbrach mich selbst denn plötzlich war wiederum wenn gleich nur leise das Zischen der Kobra zu hören das nur vermeintlich erschlagene Reptil kam offenbar wieder zu Bewusstsein und regte sich bereits an meinem Stock Holmes rief ich entsetzt die tote Schlange lebt unternehmen sie etwas ich bemühte mich die Kobra so weit wie möglich von meinem Körper wegzuhalten doch mit dem kurzen Pflock und einer Schlangenlänge von über sechs Fuß war das absehbarerweise vergebliche Mühe Holmes insistierte ich der gegenwärtige Zeitpunkt wäre der famos richtige der angesprochene blickte sich im Zimmer um auf der Waschkommode entdeckte er eine chinesische Vase stürmte auf sie zu nahm sie und brachte sie zu mir da hinein befahl er während er gerade noch rechtzeitig den Porzellandeckel öffnete zum Glück gelang es mir recht rasch die immer noch ein wenig benommene Kobra in die Öffnung der Vase fallen zu lassen sobald dies geschehen war schloss Holmes den Deckel wir atmeten beide erleichtert auf nach kurzem überlegen stellte Holmes fest wir werden einen Experten zu Rate ziehen müssen in heroischer Selbstbeherrschung hatte ich trotz doppelter Todesgefahr bereits meinen Humor wiedergefunden ganz recht bestätigte ich aber wo finden wir jetzt einen indischen Schlangen beschwörer Holmes nahm meine Bemerkung offenbar ernster als erwartet das ist kein Problem Watson erklärte er jeder billige Jahrmarkt hat heutzutage einen Fakir im Programm aber das ist Charlatanerie wir brauchen einen Herpetologen einen Reptilien Forscher und mir fällt da auch schon jemand ein Während ich mir im Unklaren war was Holmes nun eigentlich mit einem zoologischen Experten anstellen wollte hatte sich dieser bereits an den Schreibtisch gesetzt und begonnen einen kurzen Brief zu schreiben ich ich sah ich sah davon ab ihn dabei zu stören stattdessen versicherte ich mich dass der Deckel der Vase auch wirklich fest saß zumal in derselben neuerliches Zischen zu hören war Holmes steckte den fertigen Brief in ein Kuvert verschloss dieses und beschriftete es mit einer Empfänger Anschrift dann überreichte er mir das Schreiben Watson hätten sie die Güte den Butler aufzusuchen wecken sie ihn wenn es nötig sein sollte er muss sofort dafür sorgen dass dieser Brief umgehend noch heute Nacht nach London gebracht wird es geht um Leben und Tod ich übernahm den Umschlag um mich auf den Weg zu Steven zu machen sehr wohl antwortete ich aber ich wüsste doch zu gerne was sie nun wieder aushacken Holmes nickte natürlich mein lieber Watson aber alles zu seiner Zeit jetzt ist einmal vordringlich dass sie das schreiben zu Steven bringen ich drehte mich um und hatte bereits die Tür schnalle in der Hand als ich mich doch nochmals an Holmes wandte und was machen sie in der Zwischenzeit nun meinte Holmes abgeklärt wie immer sofern sich keine weiteren Gift Tiere unter der Decke verbergen gedenke ich zu Bett zu gehen Rückkehr keinen Lärm verursachen würden und versperren sie dann doch bitte die Zimmertür immerhin hat eben jemand versucht uns zu ermorden gute Nacht am nächsten Morgen standen wir mit dem ersten Hahnen schrei auf während Holmes wie ein Toter geschlafen hatte war es mir kaum möglich gewesen auch nur ein Auge zu schließen die haarsträubenden Ereignisse des Abends die in der Vase rumorende Kobra sowie die Aussicht auf weitere Attentate auf Leib und Leben ließen mich nicht einschlafen als Holmes in aller Frische aus dem Bett sprang und tatendurstig in die Hände klatschte schleppte ich mich mit Mühe zum Tisch in unserem Zimmer mein zerrütteter Zustand blieb Holmes nicht verborgen um Gottes Willen Watson sagte er sie sehen ja fürchterlich aus danke antwortete ich Stuhl fallen Holmes zögerte kurz wanderte sein Blick zur Anrechte mit den Spirituosen sie haben doch nicht etwa getrunken mit einer genervten abfälligen Handbewegung verneinte ich verzeihen sie Holmes entschuldigte ich mich sofort aber für derlei Debatte fehlt mir gerade ein wenig die Contemence Tod und Verderben Sicht Tum Vampire Exorzismen und Flüche eine unterirdische Gruff tödliche Gift Schlangen in einem aristokratischen Herrenhaus das ist doch ein wenig viel man möchte meinen wir befinden uns in einer gotischen Novelle keine Sorge entgegnete Holmes nicht nur in fröhlicher sondern offenbar auch optimistischer Stimmung ich bin mir sicher dass sich heute alles aufklären lässt ich schüttelte langsam den Kopf und sah Holmes mit ernster Miene an wenn ich einmal davon ausgehen darf dass die hierzulande nicht gerade einheimische Brillenschlange als eigenständiger Tatverdächtiger ausscheidet so stehen wir immer noch vor erheblichen Problemen eineinhalb Morde und zwei Mordversuche mit einer Kobra als perfider Tatwaffe wie wollen sie denn das aufklären wer macht denn so etwas Holmes blieb ungerührt und begann seine Pfeife zu stopfen genau das müssen wir beantworten sagte er wer verfügte über ein Motiv die Mittel und die Gelegenheit zur Tat das ist unser Täter bevor ich etwas entgegnen konnte klopfte es an der Zimmertür Holmes öffnete und der Butler trat ein mit einem Frühstückstablett guten Morgen die Herren sagte Steven während er zum Tisch kam und das Tablett auf dem sich Tee und Gebäck befanden abstellte dann entdeckte er das Brandloch im Teppich und schüttelte den Kopf das wird teuer murmelte er eher für sich bevor er sich wieder an uns wandte hatten die Herrschaften eine angenehme Nacht im Rahmen des möglichen erwiderte Holmes darf ich davon ausgehen dass unser Brief gestern noch nach London übermittelt wurde selbstverständlich bestätigte Steven er wurde sofort mittels Nacht Kurier zugestellt sie dürfen mit einer baldigen Antwort rechnen das hoffe ich murmelte jetzt Holmes ebenfalls eher zu sich selbst der Butler richtete sich nun an mich leider muss ich ihnen von unerfreulichen und beunruhigenden Ereignissen berichten die über Nacht eingetreten sind einerseits hat sich der Gesundheitszustand von Sir John erheblich verschlechtert es ist zu befürchten dass er den heutigen Tag nicht überlebt Holmes und ich quittierten diese wenig überraschende Mitteilung jeweils mit einem Kopfnicken zum anderen setzte Stephen fort betrifft es meine Schwester Maria offenbar hat sie einen erheblichen Schock erlitten als sie während der Nacht nochmals nach Sir John sehen wollte kam sie höchst aufgeregt zurück und stotterte sie hätte einen Geist gesehen seither hat sie kein Wort mehr gesprochen einen Geist wiederholte Holmes und hob eine Augenbraue ich klatschte etwas übermütig in die Hände und rief ja natürlich ein Geist das ist es was in unserer Ansammlung des Grauens noch gefehlt hat großartig Holmes strafte mich mit einem harschen Blick und wandte sich an Stephen was Dr. Watson von Berufswegen angeblich Humanmediziner eigentlich sagen wollte ist dass er sich sobald wie möglich des Wohlergehens ihrer Schwester annehmen wird ich räusperte mich und bestätigte dies mit einem knappen ja der Butler bedankte sich und ließ uns alleine Holmes nahm nun am Tisch Platz schenkte sich eine Tasse Tee ein und entzündete seine Pfeife offenbar hatten wir alle Zeit der Welt ich war zunächst innerlich verwundert dann begann ich Holmes direkt anzustarren worauf dieser jedoch erst nach zwei langen Minuten reagierte was ist los Watson fragte er vorwurfsvoll warum sitzen sie hier noch untätig herum haben sie nicht zwei Patienten zu besuchen bevor ich protestieren konnte ergänzte Holmes vergessen sie ihre Arzttasche nicht sie sehen zuerst nach Mary in 30 Minuten treffen wir uns am Krankenbett von Sir John Als ich eine halbe Stunde später das Zimmer des Collingwood Erben betrat war Holmes bereits anwesend er stand vor dem Bett und kehrte der Tür den Rücken zu dennoch bemerkte er es sofort als ich eintraf nun Watson fragte er ohne sich umzudrehen wie geht es der Haushälterin ich blieb stehen und wartete darauf dass sich Holmes mir zuwenden würde doch dies geschah nicht wohl oder übel mußte ich mit seinem Rücken sprechen schwer zu sagen antwortete ich unverdrossen Mary ist kaum ansprechbar reagiert auf nichts doch ist sie augenscheinlich bei Bewusstsein sie befindet sich in einem tiefen Angst Zustand den ein traumatisches Erlebnis ausgelöst haben dürfte diesen Zustand wird man nicht von einem auf den anderen Tag lösen können einstweilen sitzt sie in einem Schaukelstuhl wippt ununterbrochen vor und zurück umklammert das Kreuz an ihrer Halskette und wurmelt gelegentlich ein paar Wörter in ungarischer Sprache diese ergeben ergeben auch für Stephen kaum einen Sinn Geist Tod respektive Untod dürften häufiger vorkommen von rein physischem Standpunkt jedoch fehlt ihr nichts verstehe murmelte Holmes der beinahe abwesend erschien und den Blick nicht von John Collingwood abwandte da er offenbar keine weiteren Fragen hatte wollte ich mir nun vom anderen Patienten ein Bild machen ich trat neben Holmes ans Bett und betrachtete John tatsächlich lag bei ihm eine gravierende Verschlechterung vor er befand sich nun in einer Art komatösen Zustands in einem tiefen Schlaf mit reduzierten Herz- und Kreislauffunktionen aus dem es mutmaßlich kein Erwachen mehr geben würde auch etwaige Gehirnschädigungen waren zu diesem Zeitpunkt nicht unwahrscheinlich er wird sterben sagte ich schließlich und blickte Holmes an dieser erwachte schlagartig aus seiner Abwesenheit und meinte ganz gewiss wird er das aber nicht heute im nächsten Moment war die tiefe Tüurglocke im Erdgeschoss zu hören die einen Gast ankündigte wer mag das sein fragte ich wurde bereits ein Priester bestellt Unsinn Watson entgegnete Holmes das ist Johns Rettung daraufhin stürmte er für seine Verhältnisse raschen Schrittes aus dem Zimmer den Flur entlang bis zum Stiegenabgang dort hörte ich ihn rufen Steven Steven schicken schicken sie ihn sofort auf Johns Zimmer Holmes kehrte mit einem eigentümlichen Ausdruck der Zufriedenheit zurück Was geht hier vor Holmes wollte ich wissen Einen Moment noch vertröstete mich dieser Es wird sich gleich einiges auflösen Nur Sekunden später stand ein junger Mann in der Tür mit Kaki Hosen Arbeitsstiefeln und braunem Hemd sowie einer runden Brille auf dem nicht gänzlich unbekannten Antlitz Guten Tag sagte er und stellte seinen kleinen Koffer auf der Kommode ab Ich bin so schnell gekommen wie ich konnte Gut dass Sie mich gerufen haben Mr. Holmes Dieser wiederum wandte sich an mich da ich wohl nach wie vor den Eindruck erweckte die Vorgänge nicht ganz einordnen zu können Darf ich vorstellen Watson dies ist Mr. Collingwood unterbrach ich Holmes als ich mich endlich an die Porträts im Speisesaal des Anwesens erinnerte Ganz recht bestätigte Holmes um einen kleinen Überraschungseffekt betrogen Dann wandte er sich an den Neuankömmling Haben Sie mitgebracht worum ich Sie gebeten habe? Selbstverständlich antwortete George öffnete den Koffer und entnahm diesem ein kleines Fläschchen mit einer klaren Flüssigkeit Dies überreichte er Holmes Der bedankte sich nahm mir meine Arztasche aus der Hand und begann darin herum zu kramen Schließlich fand er ein neues Spritzenset und sah mich an Watson würden Sie nun Johns linken Arm freilegen und für eine Injektion vorbereiten Ich entsprach der Bitte während Holmes die Spritze mit der von George beigebrachten Flüssigkeit füllte Dann trat er ans Bett fand mit aller Erfahrung aufgrund seiner eigenen Kokain Infusionen problemlos die richtige Stelle und verabreichte dem Patienten das mir noch unbekannte Mittel intravenös In Ordnung sagte Holmes und drehte sich zu uns um Während er und George zufriedene Gesichter machten war ich doch ein wenig misstrauisch Meine Herren begann ich meine Wissens bin ich der einzige Arzt im Raum insofern würde ich nun doch um ein wenig Aufklärung bitten was denn hier geschehen ist Holmes nickte ausnehmend verständnisvoll Natürlich als gestern Abend klar geworden war dass Pauls Tod und Johns Zustand durch den Biss und das Gift der südasiatischen Kobra verursacht worden waren dachte ich sofort an einen Menschen der Erfahrung mit Reptilien hätte als Täter warf ich ein und George einen entsprechenden Blick zu Holmes schüttelte den Kopf nach genauer Überlegung erklärte er konnte ich das ausschließen George George sich seit Monaten nicht mehr auf dem Anwesen seiner Familie blicken lassen und jede längere Abwesenheit wäre im Londoner Zoo aufgefallen ganz zu schweigen vom Diebstahl einer Brillenschlange stattdessen kam mir ein anderer wichtiger Gedanke im Reptilienhaus des Tiergartens ebenso in den Terrarien mancher Insekten und Spinnentiere hat das Personal mit allerlei giftigen Lebewesen zu tun darunter nicht nur Schlangen sondern auch Skorpione Spinnen Amphibien dabei kommt es natürlich hin und wieder zu Unfällen so ist es bestätigte George bei aller Vorsicht die wir walten lassen wird dann doch gelegentlich ein Mitarbeiter gebissen oder gestochen und für diesen Fall setzte Holmes fort arbeitet das Reptilienhaus eng mit dem Institut für Tropenmedizin zusammen dieses verfügt über eine Sammlung von Gegenmitteln gegen diverse Gifte und Toxine aber auch Krankheiten was ich Sir John zuvor injiziert habe ist ein Antiserum zum Gift der südasiatischen Kobra die Wirkung des Schlangengiftes wird nun vermindert bis es vom Körper ausgeschieden wird dies wird mit einer gewissen Belastung für Johns Organismus verbunden sein aber im Prinzip steht einer vollständigen Genesung nichts mehr im Wege meinte Holmes Watson ich hätte folgende Bitte informieren sie die Familie und das Personal zunächst über die bevorstehende Gesundung von Sir John dann ersuchen sie alle sich in einer halben Stunde in der Bibliothek zu versammeln da werde ich den Fall aufklären aufklären wiederholte ich ungläubig Holmes sah mich verständnislos an ja natürlich dafür sind wir doch hier nicht wahr 40 Minuten später warteten wir in der Bibliothek auf Holmes der Baron hoch erfreut über Johns Genesungsaussichten aber argwöhnisch gegenüber Georges Anwesenheit hatte sich trotz der frühen Tageszeit bereits ein Glas Rotwein eingeschenkt Lady Collingwood saß regungslos in einem Sessel und schien sich nicht besonders für die anderen zu interessieren George mit rebellischer Distanzlosigkeit zum Personal informierte Stephen über die neuesten gesetzlichen Arbeitnehmerrechte Mary hatte man mitsamt ihrem Schaukelstuhl hergebracht ihr seelischer Zustand hatte sich nicht verbessert Ich selbst ging vor den Bücherregalen auf und ab hin und wieder einen Buchrücken lesend voller Ungeduld auf das Eintreffen von Holmes wartend Wo bleibt denn unser Meister Detektiv rief Lord Collingwood als er sich ein weiteres Glas genehmigte Eine Frage die ich nicht beantworten konnte denn Unpünktlichkeit gehörte keineswegs zu Holmes Angewohnheiten Dass er mich unmittelbar vor unserer Trennung in Johns Zimmer jedoch noch um meinen Webley Revolver gebeten hatte stimmte mich weitaus unruhiger Mr. Holmes wird gewiss bald erscheinen und uns dann Rede und Antwort stehen behauptete ich Es vergingen noch fünf weitere Minuten ohne dass Holmes aufgetaucht wäre Er hatte sich bereits um eine Viertel Stunde verspätet was einigermaßen ungewöhnlich war Doch dann öffnete sich endlich die Tür Holmes trat ein Er hatte meinen Revolver in der Hand Allerdings sollte sich im nächsten Moment zeigen dass er nicht alleine war Er hatte jemanden mitgebracht Einen Geist Mary schrie auf und bekreuzigte sich dreimal als sie wie wir alle die Person neben Holmes als den totgeglaubten jüngsten Collingwood Sohn Richard erkannte Der Baron ließ sein Weinglas zu Boden fallen George nahm seine Brille ab und kniff die Augen zusammen Stephen stammelte Sir Richard Sie leben Nur Lady Collingwood ließ sich nicht aus ihrer Ruhe bringen und verzog keine Miene Holmes ist alles in Ordnung rief ich und ging auf ihn zu In bester Ordnung versicherte Holmes verzeihen Sie meine Verspätung aber das war Teil meines Plans Der Mörder mußte glauben daß alle anderen in der Bibliothek versammelt seien um vermeintlich ungestört seinen neuen Anschlag auf Sir John zu verüben Tatsächlich schlich er in Johns Zimmer und versuchte ihn mit einem Kissen zu ersticken was er nicht wußte war daß ich hinter dem Vorhang bereits mit der Waffe in der Hand auf ihn gewartet hatte Aber wie ist das möglich fragte ich Sir Richard nur Nummer vier in der Erbfolge ungeliebt von seinem Vater täuschte in Indien seinen scheinbaren Tod vor Nachdem genügend Zeit verstrichen war kehrte er inkognito nach England zurück eine stattliche Kobra im Gepäck um die Erbfolge zu bereinigen Paul und John mußten sterben George würde ohne dies verzichten und dann würde übrigens wie von Lady Collingwood erhofft der verlorene tauchen und eine abenteuerliche Geschichte erzählen wie er im bengalischen Dschungel verschollen oder bei einer einheimischen Rebellengruppe in Gefangenschaft gewesen sei durch glückliche Umstände überlebt hätte und in die Zivilisation zurückgekehrt sei Nach dem Ableben seines Vaters das eventuell ebenfalls zu beschleunigen gewesen wäre würde er der vierte Baron Collingwood werden Der gegenwärtige dritte Baron ging auf Holmes und seinen Sohn zu und sah letzteren abfällig an Ist das wahr George fragte er Hast du Paul getötet Hast du versucht auch John zu ermorden Plötzlich sprang Lady Collingwood auf Antworte nicht rief sie Sag kein Wort Sie haben keine Beweise Während der Baron seine Verwunderung mimisch und gestisch zum Ausdruck brachte schien Holmes weniger überrascht zu sein Milady sagte er ich befürchte es gibt klare Indizien auch ohne Geständnis Außerdem wird die Polizei bestimmt sachdienliche Hinweise und Beweise finden wenn sie Richards geheime Unterkunft ich nehme an sie befindet sich im Bereich des Anwesens durchsucht sowie die privaten Gemächer seines Komplizen Ich begnügte mich mit meiner Rolle als Stichwortgeber und fragte Seines Komplizen Ganz recht erklärte Holmes Richard benötigte finanzielle Mittel für seine Zeit in Indien für die Rückreise und das Untertauchen in England Er benötigte das Wissen über die Vorgänge hier im Herrenhaus sowie Zugang zu allen Räumlichkeiten zur richtigen Zeit Das alles war für ihn alleine ohne Unterstützung von innen nicht möglich Der Baron sah zunächst George und dann Stephen scharf an wobei letzterer energisch den Kopf schüttelte und der Erste sich mit dem Finger zweimal auf die Stirn tippte weshalb Lord Collingwoods Blick zu Holmes zurück wanderte Dieser nahm den Faden wieder auf Eure Lordschaft werden es nicht gerne hören aber die Mitteilterschaft liegt bedauerlicherweise bei ihrer Gattin Lydia rief der Baron entsetzt wie konntest du nur Der Baroness war längst klar gewesen dass sie überführt werden würde nur ein Geständnis würde sie vor dem Tod am Strang bewahren sie ignorierte ihren Ehemann stand auf ging einige Schritte auf Holmes und mich zu Mr. Holmes Dr. Watson sagte sie mit demonstrativ erhobenem Haupt wären sie wohl so freundlich mich und meinen Sohn nun in den Gewahrsam der Polizei zu überführen ich ertrage keine Minute mehr in diesen Gemäuern und dieser Gesellschaft Holmes nickte ihr zu sehr wohl milady antwortete er und geleitete sie und Richard Collingwood hinaus wobei ich mich umgehend anschloss einige Tage später saßen Holmes und ich in der Baker Street bei einer Tasse Tee und studierten die Zeitungsberichte über unseren jüngsten Fall Der Collingwood Skandal sorgte seitenweise für aufsehenerregende Berichte das Familienoberhaupt ein Tyrann die Baroness eine Lady Macbeth Sir Richard ein skrupelloser Brudermörder gesellschaftlich waren die Collingwoods am Ende Nun hat die Familie doch ein Schicksal ereilt das an einen Fluch denken lässt behauptete ich Holmes konnte dieser Sichtweise nichts abgewinnen Für einfache Gemüter mag es so aussehen entgegnete er aber in Wahrheit waren es Machtdenken Geltungsdrang Gier und Eifersucht der Individuen die zu den Ereignissen geführt haben und zum kollektiven Untergang Die seelenlose Nichtigkeit seiner Existenz ist der wahre Fluch des niederen Hochadels Mag sein antwortete ich ungerührt doch mein Mitleid hält sich in Grenzen John Collingwood regeneriert seine Existenz die nächsten vier Wochen auf Capri Dennoch wird er die Last der Familien Geschichte eines Tages übernehmen müssen meinte Holmes Dann ist es wohl nur George der dem Fluch entrinnen konnte stellte ich fest durch seine eigene Entscheidung mit Familie und Stand zu brechen Wie geht es eigentlich seinem jüngsten Schützling fragte Holmes plötzlich ernsthaft interessiert Ich musste lächeln Keine Sorge Holmes antwortete ich Die Kobra hat sich von ihrem Schlag mit dem Hammer gut erholt Sie ist bereits eine regelrechte Attraktion im Reptilienhaus des Londner Zoos Schliesslich hat nicht jeder Tiergarten eine überführte Mörderin zu bieten zu bieten zu bieten zu bieten